Der zweite Teil des Begleitbuches zu One Piece Road to Laughdale wurde gestern in einem digitalen Format veröffentlicht. Die Ausgabe scheint den Vorfall auf Unigashima und der Reverie zu recappen und die beiden Kaiser der Meere, Shanks und Blackbeard in einen zusammengefassten Kontext zu analysieren. Das Cover zeigt sowohl den Roten Shanks als auch Marshall D. Teach mit der Aufschrift Zwei Kaiser sind gefallen. Ist ein globaler Umbruch unvermeidlich? Lasst uns unsere Abenteuer fortsetzen, um die Geheimnisse von One Piece zu erläutern. Die ersten beiden Seiten beginnen mit einer Zusammenfassung von den beiden gefallenen Kaisern der Meere, Kaido und Big Mom und deren Versagen gegen die schlimmste Generation. Dort bekommen wir quasi eine vereinfachte Zusammenfassung, was genau passiert ist in den vergangenen Ereignissen von Unigashima bezüglich Ruffy, Kid und Law, die es tatsächlich geschafft haben, zwei der vier gefährlichen Kaiser der Meere zu stürzen. Anschließend folgt eine sehr, sehr interessante Doppelseite, die uns im Grunde genommen noch einmal verdeutlichen möchte, was alles während der Riverie passiert ist und welche Folgen das Ganze haben wird für das ganz große finalen One Piece Saga, die nach der Pause beginnt. Das Ganze wird mit dem Titel The Big Scoops Coming Out of the Riverie inszeniert und veranschaulicht noch einmal mehr, was genau dort und währenddessen passiert ist. Hierzu bekommen wir auf dieser Doppelseite diese drei sogenannten Scoops zu sehen, einmal die ehemaligen sieben Samurai der Meere, die jetzt quasi auf sich alleine gestellt sind, da sie keinerlei Privilegien mehr haben und nur noch einfache Piraten sind, die von der Marine gejagt werden. Des Weiteren wird hier noch einmal auf Sabo und dem Vorfall der Riverie, sowie Shia Roshi und dessen Besuch im Heiligenland von Mary Jo während der Riverie hingewiesen, was für die nahe Zukunft durchaus spannend werden wird. Doch das wohl große Highlight der zweiten Ausgabe von Road to Love Tale ist die Doppelseite der beiden Kaiser der Meere, Shanks und Blackbeard. Shanks und Blackbeard, die zwei verschiedenen Gesichter von One Piece. Marshall D. Teach und der Rote Shanks sind die letzten beiden Kaiser, die noch im Amt geblieben sind, nachdem sowohl Whitebeard, Big Mom als auch Kaiser Kaido im Laufe der vergangenen Ereignisse von One Piece ihren Untergang fanden. Die beiden besitzen eine völlig gegensätzliche Persönlichkeit, aber es ist noch nicht bekannt, was sie in diesem Moment des extremen Chaos und Ungleichgewichtes für die Welt auf Lager haben. Wer weiß, es könnte auch sein, dass die beiden auf eine Art Chaos abzielen, das jedoch die persönlichen Visionen eines jeden Einzelnen respektieren. Blackbeard Er scheint ein Mann zu sein, der versucht seinen Einfluss auf die Welt auszudehnen, das heißt ohne Skrupel seine Pläne und Taten umzusetzen, sich jeglicher Zurückhaltung beraubt und nach immer mehr und mehr Macht strebt. Schon jetzt hat Blackbeard es geschafft, als ein Kaiser der Meere eine unglaublich enorme Macht aufzubauen, aber sein Appetit kennt keine Grenzen, er schreitet stetig voran und strebt nach der Spitze. Teach floh von seiner Basis, nachdem er erfahren hat, was während der Reverie passiert war und scheint etwas ins Visier genommen zu haben, vielleicht möchte er diese Gelegenheit nutzen, um zu bekommen, was er will. Der Rote Shanks Wrote to Love Tale Band Nummer 2 stellt ihn folgendermaßen vor. Ein schlafender Löwe bewegt sich lautlos, um das Gleichgewicht der Welt aufrecht zu erhalten. Shanks hat lange Zeit eine Beobachtungsrolle innerhalb der neuen Welt bekleidet, obwohl wir gesehen haben, wie er während der Reverie aus dieser Position herauskam, um sich direkt an die 5 Sterne der Weisheit zu wenden. Sie selbst argumentieren, dass er zu einer großen Bedrohung werden könnte, wenn er zum Handeln gedrängt werden würde, wie während den Ereignissen auf Marine vor. Wenn Shanks einmal in Bewegung ist, verbreiten sich seine Auswirkungen auf der gesamten Welt. Shanks ist bekannt für seine Beziehung zu Ruffy, was jedoch nicht heißt, dass er nicht die Gelegenheit hatte, andere Mitglieder der Worst Generation, sprich der schlimmsten Generation, kennenzulernen. Im Band Nummer 2 wird die Begegnung zwischen ihm und Justus Captain Kidd angesprochen und erwähnt. Darüber hinaus betrat Bartholomeo nicht lange nach der Bildung der Großflotte von Ruffy das Gebiet der Rothaar-Piratenbande auf völlig rücksichtslose Art und Weise. Es ist hierbei nicht leicht zu sagen, ob er sich der Verbindung zwischen Ruffy und dem Kaiser der Meere Shanks bewusst war. Eines sollte man jedoch wissen. Shanks ist unberechenbar. Anschließend beschreibt Road to Laughdale Teil 2 auch ein weiteres sehr wichtiges Element, das die Schicksale von Shanks und Blackbeard untrennbar miteinander verbindet. Beide stammen aus einer Vergangenheit von Piratenlehrlingen und es wird wiederholt, wie es Blackbeard war, der Shanks die Narbe am Auge hinzufügte. Die Vergangenheit zwischen den beiden Piraten und Kaisern wurde noch nicht vollständig aufgedeckt, aber sie wird sicherlich sehr, sehr bald eine gewisse Relevanz haben. Wir müssen nur weiter beobachten, welche Folgen diese ungewöhnliche Beziehung in der Welt haben wird. Darüber hinaus bekommen wir eine weitere Doppelseite, die uns nochmal alles über die Schwerter und dessen besonderen Klassen der Schwerter erläutert. Jedoch gibt es dort keinerlei weiteren Neuigkeiten. Es handelt sich hierbei eher um eine nochmalige Zusammenfassung aller Schwerter mit besonderen Rängen. Und damit endet das zweite Kapitel von Road to Laugh Tale. Anschließend folgen noch ein paar Seiten mit sehr vielen verschiedenen Charakterdesigns, Skizzen und Alternativszenarien, die sich jedoch definitiv sehen lassen können. Eine Seite ist beispielsweise allein dem Kaiser der Meere Kaido gewidmet und zeigt alternative Versionen von Skizzen seiner Drachen- und Hybridform. Zumindest finde ich das Ganze ziemlich, ziemlich anschaulich. Auf den nächsten drei und somit letzten drei Seiten erhalten wir Konzeptzeichnungen von den drei Kommandanten unter Kaidos Piratenflagge sowie den Flying Six. Es ist wirklich hierbei sehr, sehr interessant zu sehen, welche Gedanken Oda einst hatte und wie er sich letzten Endes doch umentschieden hat. Allein bei den ganzen Namen und Designs der ganzen Mitglieder, denn anscheinend hatte Oda zuvor noch eine ganz andere Vorstellung bei den Flying Six. Aber wie immer frage ich euch am Ende des Videos, was sind eure ersten Gedanken, Eindrücke und aber auch Anmerkungen zu der zweiten Ausgabe Raw to Laugh Tale? Schreibt mir hierzu sehr gerne eure Vermutungen, Theorien als auch Spekulationen unter diesem Video in die Kommentare oder auch wie immer sehr gerne auf Instagram. Den und viele weitere Links findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten habt ihr natürlich jetzt auch wie immer die Möglichkeit, mir sowohl ein positives als auch ein negatives Feedback zu hinterlassen. und für weitere Unterstützung auch sehr gerne ein Like oder einfach allgemein ein Kommentar. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann lasst es mich doch wissen und schreibt unter diesem Video in die Kommentare, dass ihr neu seid, damit ich jeden von euch herzlich willkommen heißen kann. Ansonsten würde ich jetzt sagen, ich bin raus, euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, wie auch immer meine Freunde, euer Skypiea OnePeace. Peace. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.